so beschlossen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 22 sowie Zusatzpunkt 6, erste Beratung des von der Fraktion Bündnis 90 die Grünen eingebrachten Gesetzentwurf zur Streichung des Optionszwangs aus dem Staatsangehörigkeitsrecht sowie erste Beratung des von der Fraktion der SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.